Wer hat diesen wandelnden Kronleuchter bestellt? Witzig. Das Ding ist die Testversion einer Killer-Ergebung. Die NATO nennt sie Crystal Viper. Die lichtreflektierende Panzerung dient als Tarnung und Schild gegen penetrative und ... ... organisierte Angriffe. Optische Waffen sind nützlos. Das ist ja wie in einem schlechten Computerspiel hier. Was different, wie wir ihn mit den Uffkasten erreichen können, als Sie einen Förder auf den Kronen grünen können. die top Ele ist eine the same für Sieg. Der Kronen grünen Sieg. Der Kronen grünen Sieg. Lach mal unter Druck. Die rüttzen Sieg. Der Kronen grünen Sieg. Alles ist gut für Sieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht nicht gut aus, Sam Die äußere Eindämmungswand der Kolonie hat ein Loch Ein Loch? Sam, hast du einen Ausweg parat? Unsere Berichtner befinden sich unter diesen Bereichschutzräumen Ja, von dort unten aus solltet ihr eine interne Barriere aktivieren können Okay, bravo, bewegt euch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird lustig! Ah, die roten Schweine rissen ein Kentucky-Bürbon-Mittes, Schatz! Das ist ein gravitationsloser Bereich, passt auf! Verstanden Dafür habe ich keine Zeit! Lämmer als die Kakerlack! Ich habe keine Zeit und die Kakerlack! Oh, 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 oh. Ganz ideal. Sollte aber reichen. 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 Wo ist das Stahlapult für die Dämpfer? Ich zeige den Weg. Wie sieht's da draußen aus? Ein paar Nachzügler sind noch auf dem Weg zum Schutzraum. Wie viel Zeit bleibt uns? Ich weiß nicht, aber wenn du dich nicht beeilst, sinkt der interne Druck der Kolonie unter das tolerierbare Niveau. Genug Physik. Schließen wir einfach diese verdammten Tore. Nein, noch nicht. Da draußen sind noch Männer. Diese Männer wussten von Anfang an, dass sie bei der Mission sterben könnten. Das passt nicht. Lass sie uns noch nicht aufgeben. Wir haben noch Zeit. Und dabei nehme ich keine Befehle an. Hilfe! So läuft das also bei dir. Komm mir nicht auf die Tour. Was glaubst du, wie viele Leute schon für diese Mission gestorben sind? Versagen ist ausgeschlossen. Wahr als immer. Und die Männer da draußen lässt du im Stich? Ein Marine führt seine Mission aus. Was kapierst du daran nicht? Wir tun, was wir tun müssen. Das Wie steht nicht zur Debatte. Geh du voran. Ich gehe nach hinten und halte uns den Rücken frei. Dieser Express Lift bringt uns direkt zur nächsten Position des Feindes. Meinen Sie wirklich, dass alles hier hilft den USA aus der Rezession raus? Die Geschichte bestätigt diese Theorie zur Genüge. Und San Francisco ist ein angemessenes Opfer? Der Vorfall war nicht geplant. Aber Opfer sind eben manchmal unvermeidlich. Das ist wohl kaum die Zeit für Zweifel. Der Zweck heiligt die Mittel. Denken Sie daran. Dann werde ich Ihnen die Mittel überlassen. Und ich kümmere mich um den Zweck. Das ist wohl. Das ist wohl. Der Zweck! Sam, du bist fast im Kern der Kolonie. Fast. Das Ding sah vom Weltraum aus viel kleiner aus. Ich bleibe in der Nähe, falls du mich brauchst. Gut. Hau bloß nicht ab. Ich bleibe in der Nähe, falls du mich brauchst. Was treibt er da so lange? Moment. Laut Sensoren ist Burns nicht allein. Vielleicht hat er Verstärkung bekommen. Obwohl er alle ausgeschlossen hat? Sehr merkwürdig. Nun, ich kümmere mich um das bekannte Übel. Die AI da draußen wird uns wohl kaum einfach so vorbeilassen. Das stimmt. Dieser Bassert geht mir langsam echt auf den Sack. Links der Position des Basserts müsste sich eine Gertling-Kanone befinden. Gut, in Ordnung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.